Hallöchen, Hallöchen. Wir machen auch direkt weiter hier. Was ist denn hier überhaupt? Ja, da ist kein Bett, nicht verkehrt. Da waren wir nur ein Bett. Schaffen wir ein Bett. Jüngste. Ah, gut, hast du ja auch. Die Augen tut... Ah, ne, wir haben zwei Betten. Sehr gut. Okay. Wieso kommen wir jetzt hier schlafen oder was? Ja, Gott, machen wir. Tu mal pausieren. Auch noch. Cool. Das war schon. Nur um zu speichern. Okay. Klar. So. Wo ist denn jetzt unser nächster Auftrag? Jetzt ist das eine gute Frage. Auftrag. Müssen wir erst mal mit der Truller hier reden oder was? Äh, okay. Cool. Wir haben noch nicht alles aufgedeckt. Okay, alles klar. Wir sind hier, okay. Dann gehen wir mal nach oben. Na, ich finde mal jetzt auch, was wir dann auch drauf, wenn wir hier raus sind. Ja. Ja. Ich bin 9S. Das ist 9S. Geh'ah. Ich habe ein incominges Message für 2B und 9S von der Commander. Initiating Playback. 2B, 9S. Wir haben keinen Kontakt mit vielen Yorha-Unteren auf dem Weg zur Verfügung. Deine Black Boxen sind online. So, wir präsumieren, dass sie noch leben sind. Wir haben die Location ihrer Signale trackt. Also, ich brauche alle Yorha-Unteren auf dem Weg zur Verfügung. Ende Transmission. So, wir haben jetzt unseren nächsten Auftrag. Ja. Ja. Ja, gut. Dann mal Ausrüstung ändern. Das ist nur Waffen. Okay. Okay. Okay, da kann nur Laser. Soll das jetzt sein? Da oben, okay. Ich steige dich. Wie viele Menschen? Ich mache das alles. Buddy wisse bei Dritt, kann ich niemanden was mit dem Kopfschmerzen. also ist das nach unserer außenposten dann mal dann die aufträge gegen also das ist auch nicht schlecht sehen was haben wir denn jetzt das schönes looks like our surface roots been cut off maybe we can get through from underground okay wundern so to be those machines out in the desert look just like androids right right but we androids were modeled after our human creators so why would machines try to look like us there's no point trying to work out unsolvable problems i suppose was heimittel habe ich gar nicht geholt an der gut hatte gar kein kohle wieder mal auf die falsche taste und so ist aus wie mein weg so ok er springt hoch und schlecht jetzt hier gelandet dünnes halsband kann man die dinger nicht anlegen was ist denn hier? Feuerwerk, oh! flügungspark ok er ist noch alles gegen alles klar große schwert ist schon nice ok damit habe ich nicht gerechnet alter schwede nee, brauche ich nicht, fortfahren krass, dass ich jetzt nicht so zurücklaufen muss ok auch nööööööööö aber ich sehe hier grad was in der Stadt hier gerade was hier keine Erholung, aber hier ist irgendwas an der Aufgabe so, jetzt haben wir auch eine Aufgabe hier machen wir das erstmal hier da hinten komme ich nicht hin mein Zugriff ok nun komme ich nicht dahinter was ist das denn ich habe gerade mal einen Akku hier noch hinweisen suchen ok nix das ist so, ich baue irgendwie nix oben haben wir die zwei finden wir immer was das ist das ist das ist das ist das ist das ist es ist das ist es ist okay Ich habe ein paar Ratten, okay. Okay, kann es jedenfalls nicht sein. Und hier noch... Was? Also... Oh, bis bald. Okay, haben wir jetzt eigentlich hier alle, ne? Guck mal, ja. Irgendwo ein Materiallager. Cool. Irgendwo muss es ein Materiallager sein. Also irgendwo hier. Wie kommt... Den anderen da hinten. Hier oben doch noch irgendwas. Guck mal, da ist er... Ah, da, da haben wir es doch. Guck. 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 Vorgang. Okay, die müssen eh in den Vergnügungspark also ist das gar nicht so schlimm. Ok Der Tisch nicht öffnen, ok Also Haben wir uns jetzt aktualisiert Können wir ihr helfen? Ok, alles klar Dann Weichern wir mal lieber Ob wir es nicht mehr können So Dann gehen wir mal zum Widerstandsslag Begnügungspark Ist ja beides da Aber Ich sehe nicht wie viel Kohle ich habe Wohle habe ich denn jetzt? 5000 Wir müssen noch Material suchen Aber Wie ich hier gerade sehe Es liegen immer wieder neue Sachen da Ok Begnügungspark Willkommen Mit dem brauche ich uns nicht anlegen Gut Wir müssen unsere Waffen definitiv auch stärker machen Auf jeden Fall habe ich schon mal das große Schwert Das ist sehr gut Das ist sehr gut Hier ist schon Speichern nicht mehr möglich, ok Hier liegen jetzt zwei Dinger rum Hier liegen jetzt zwei Dinger rum Das ist sehr gut Ich brauche mir das für die Waffen aufzumotzen Das wäre eine Möglichkeit definitiv Okay Die gibt es hier nicht mehr Gut Also wenn die Truhen einmal auf sind Geht die nicht mehr Hier könnte noch was sein Hier könnte noch was sein Was braucht ein Baumsaat War auch sehr rätselhaft Und die hinten noch was holen Vielleicht Hier kommt man auch hoch Okay Aber ich muss da rein Ich muss jeden Fall hier hin Also ich kann auch schnell hoch springen Okay Alles klar Das ist sehr gut So Da liegt mal eine Leiche So So Aber dann würde ich sagen Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Dann nehmen wir uns im Vergnügungspark vor Ohne zu sterben Und wenn es euch gefallen hat Dann lasst mir gerne ein Däumchen da Oder schreibt mir einen Kommentar Bis dann Ciao